Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem Kanal-Update. Ähm, was ist? 15.06.2014 mittlerweile. Äh, man, die Zeit ist am Rennen. Kommen wir direkt zur schmucken Sache. Heute habe ich Rogue Galaxy komplett hochgeladen. Das heißt, nie wieder Rogue Galaxy! Wo ist der Applaus? Kein Applaus. Okay. Ja, das Programm, Programm, LP, wie auch immer, ist abgeschlossen. Ähm, das heißt, ich werde als nächstes anfangen mit Okami HD für die PS3. So, dazu muss ich allerdings ein paar Takte sagen, denn das ist auch relativ wichtig. Die Problematik besteht darin, dass ich bei solchen Spielen... Ich hatte es mal in einem Pandora's Tower-Video erwähnt, das kommt aber noch. Das Problem bei solchen Spielen, die eine relativ gute Grafik haben, die ich dann auch gerne präsentieren möchte, weil ich eben die Möglichkeit dafür habe, ist die Tatsache, dass ich es 4-5 Stunden lang rendere. 4-5 Stunden plus die 20-30 Minuten, die ich aufnehme, ist eine Menge Zeit. Und ich bin mir da leider nicht ganz sicher, ob ich es packe, tatsächlich immer alle 3 Videos hochzuladen. Oder eben dann nur 2. Da bitte ich dann um euer Verständnis... Ich gebe mir die größten Mühe, es einigermaßen immer am Laufen zu halten. Ich habe halt keinen Hochladeplan, wie es Monkey-LP haben. Sollte ich vielleicht auch mit anfangen, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja. Ich gebe mir halt größte Mühe, dass ich es hinkriege. Wenn nicht, dann entschuldigt, aber... Nun ja. Ich versuche es halt, ne? Pandora's Tower ist am Anlaufen. Aufgenommen ist jetzt bis zum 4. Turm. Falls es jemand interessiert. 4-Türme. Ähm... Ja, das ist der große Teil. Ähm... Dotec GU Volume 3 Redemption geht gerade ins Endgame. Zumindest was das Aufnehmen von mir angeht. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht... Ich habe nicht viel mehr aufgenommen. Ich bin jetzt gerade... Drei Parts weiter, als ihr kennt. Also wir... Es geht Richtung Endgame. Schon da, wo wir jetzt sind, geht's Richtung Endgame. Das merkt man vielleicht auch so ein bisschen. Es geht Richtung Endgame. Äh... Da kommen aber noch extra Parts. Also das Projekt geht noch ein bisschen weiter. Danach... Bin ich mir sehr unschlüssig, was ich machen werde. Ich werde wahrscheinlich erstmal so ein bisschen in den Retro-Bereich abschweifen. Also... PS2 oder da drunter. Ähm... Das sind so Projekte, die ich auch relativ schnell rendere. Da dauert dann vielleicht mal eine Stunde. Aber das geht noch. Äh... Das ist soweit der Plan. Ich denke mal, das ist ganz gut so. Irgendwann komme ich auch nochmal zu den ganzen fangewollten Projekten. Wobei, ich muss ja auch sagen... Okami HD ist von jemandem sich gewünscht worden. Da hoffe ich, dass das auch große Freude bereitet. Ich gebe mir größte Mühe. Ich werde auch mal versuchen, hin und wieder ein bisschen auf die Mythologie einzugehen, die dabei so die Rolle spielt. Aber ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ich bin kein Experte und müsste mich vorher immer hinsetzen und alles unter die Lupe nehmen. Das war alles. Wir sehen uns wieder bei den ganzen Projekten. Auf Wiedersehen. Und tschüss Leute.